Hallo, mein Name ist Stefan Vogt und ich arbeite bei NTEAM seit zweieinhalb Jahren in der Entwicklungsabteilung. Highlights dieses Jahres waren unter anderem die Entwicklung der Welcome-App. Hier konnten wir das erste Mal das Konzept der Universal-App umsetzen und eine Anwendung für Internet of Things schaffen. Ein weiteres Highlight dieses Jahr war die Weiterentwicklung des Outlook Add-ins, mit welchen wir viele neue Kunden ansprechen konnten. Interessante Punkte für mich dieses Jahr waren die Durchführung des Round-Tables MS SQL Server 2016 und das Erreichen der Application Development Gold-Zertifizierung für die Entwicklungsabteilung des NTEAMs. Okay, dann werfen wir am Ende. Dann drehen wir durch, genau. Das Entwicklungsteam dankt Ihnen und allen anderen Partnern, Dienstleistungen und Kunden, mit denen wir in diesem Jahr zusammengearbeitet haben, für die tollen und spannenden Projekte und wünscht Ihnen ein wundervolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020